Wir befinden uns im wunderschönen Panorama-Resort und Spa Voisisberg. Heute Premiere in der Region Zürich Plus, das erste Big Business Meeting. Ich habe mich angemeldet an das Big Business Meeting, weil ich noch nicht so lange dabei bin beim B&I und für mich eine wunderbare Plattform ist, auch in dieser kurzen Zeit, andere Leute von anderen Chapters kennen zu lernen. Und für mich hat sich ganz tolle neue Möglichkeiten ergeben, wo ich Kontakt finde, wo mein Business toll ergänzen, wo ich jetzt gerade Vier-Augen-Gespräche machen konnte, wo wir uns einander unterstützen können. Zwar noch sind, aber jeder seine Spezialitäten hat. Und für das sind die Vier-Augen-Wege, Augengespräche so interessant und hilfreich. Ich habe mich angemeldet, weil es nie so viele Chancen gibt, so viele Unternehmer innerhalb von kurzer Zeit kennenzulernen und mit ihnen in Austausch hineinzugehen. Für mich war es eine geniale Möglichkeit. Es war eine richtig gute Stimmung. Es hat genial Spass gemacht. Und schlussendlich muss man einfach sagen, wenn man die Möglichkeit hat, um Mitglieder noch besser kennenzulernen und sich auszutauschen, dann tut das mein Business gut und dem Business kommt gegenüber. Und es hat extrem Spass gemacht. Mit dem Meeting heute sind wir sehr, sehr zufrieden. Es gab hunderte Kontakte. Jeder hatte eine Tabelle mit allen Teilnehmern, mit dem Fachgebiet und einer Spalte für die gesuchten Kontakte vor sich. Dort durfte man Notizen machen. Das haben wir uns den Beni-Kollegen aus Spanien abgeschaut, genauer gesagt Gran Canaria. Und das fanden wir ein richtig tolles Tool, das heute zum ersten Mal zum Einsatz kam und ab sofort bei allen Events automatisch über unsere Beni-Schweiz-Webseite generiert wird. Die Vier-Augen-Gespräche, die 1-zu-1-Gespräche, die haben mir sehr viel gebracht. Und diesbezüglich sind meine Erwartungen vollerfüllt worden, auch für mögliche Kooperationen. Ich freue mich aufs nächste Big-Business-Meeting und ich hoffe, dass dieses Mal auch du dabei sein wirst. Hochschul-Meeting, die 1öffelteintags machte, die 5-6-6-6-6-7-8-6-7-8-9-10-6-8-5-6-8-7-8-8-9-9-8-0-3-8-2-9-8-9-9-6-8-8-6-8-9-9-8-9-9-8-9-9-8-6-8-8-9-9-6-8-9-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Untertitelung des ZDF, 2020